Na dann mach ich bei mir ein Lokal-Life und eine Anmode und dann... Ähm, obwohl... Ne, aber war ich erst bei der nächsten, bei der nächsten Map. Jetzt haben wir ja schon eine Runde verwirkt. Uli ist Traitor. Ja, warte ich mach mal diese Nachricht, damit er die... Ah ja, okay. So, er ist Traitor. Hahaha, ich glaub du bist Traitor. Ich... Hier liegt nämlich schon ein Toter. Ich bin innocent. Ein Toter. Ein Toter. Ein Toter. Ein Toter. Ein Toter. Oh, Sef ist tot. Ich hab doch schon jemanden identifiziert, hast du das nicht gesehen? Ne, ne. Fuck. Der Traitor definitiv in einem Traitor-Raum. Also... Du, 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 du. Ich hab nur ne Deagle. Mit dir mach ich Headshots. Und zwar... 1 zu 100. Hallo. 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 Ich bin Headshot. Uh. Magneto-Stick. Ich versteck den mal. Num, num. Nicht, dass der vom... Scheiße. Vom Traitor wiederbelebt wird, weißt? Ähm. Bleiben wir. Ich krieg den nicht da hoch. Hallo, Woodpecker. Wie komm ich denn da hoch? Hier komm ich hoch, oder? Chill, chill. Also, meine lieben Freunde, hier ist eben einmal... Wie Gitter. Kommen Sie nicht hoch? Gitter. Jawohl, das würde schon reichen, ihn da drauf zu legen, wenn ich das so mache. Ah, nein. Was bist du denn? Marcel. Marcel. Wow. Jo, er liegt da oben. Wieso bist du verwundet? Wieso bist du verwundet? Äh, 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 äh. Marcel. Warum bist du verwundet? Und durch die Falle. Und durch die Falle, genau. Wo seid ihr denn? Wenn ich gleich tot bin, ist es Marcel. Die Falle kann man ziemlich... Marcel, bist du der Frosch? Ja. Das ist ganz schön witzig. Warte mal. Es ist Marcel. Es ist Marcel. Uh. Ja. Um Gottes Willen. Wer war denn jetzt alles Traitor bis jetzt? Marcel. Uh. Jetzt in der... Was... Bis jetzt wissen wir doch nicht, wer Traitor ist. In der ganzen Runde noch nicht. Da sind es zwei. Da sind es zwei. Ich bin ja... Ja, also... Er war es auf jeden Fall nicht. Das war komisch. Ey. Alles klar. Lumpy ist es. Ja, ich bin's. Ah! Guten Tag. Ah, mein Gott. Müssen wir jetzt mal eine Second Chance kaufen, ey. Scheiße. Hammer, du Scheidverräter. Wo hast du die Shotgun her? Ich will auch das Shotgun. Jetzt hab ich einen, aber brauchst du nicht mehr. Oh krass, was machst du? Ach, Spagat. Haha, wie geil ist das? Alter. Au. Ja, Leute. Geilter. 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 Machst du auch einen Spagat? Ich? Ne, ich mein ja, Yuki. Da bin ich. Bloody. Bloody, mach einen Spagat. Los. Geht nicht. Geht nicht. Leichen-Gendung. Leichen-Gendung. Ich bin den Frasch-Dinzer. Das soll dein Spagat machen. Hab ich noch mal einen Skin? Hm? Ja. Ja, hast du. Du hättest uns Krass beitreten sollen. Das sollte ja jetzt proben sein. Ich glaub ich hab. Yuki. Beitreten. Du hast mir einfach eiskalt am Mordet, du Xer. Yuki ist da. Sie ist Yuki. Uuuuh. Versuch dich auch nicht so oft abzuschießen diesmal. Nicht grundlos. Velo ist hinter mir. Ich find keine Shotgun, Alter. Komm mit. Yuki ist es. Komm mit. Yuki ist es. Yuki ist es. Yuki ist es. Alle auf Yuki. Sie hat's gesagt. Ah, hier ist ein Shotgun. Geil. Danke. Bitte. Jetzt hab ich wieder eine Mc10, Alter. Was find ich für ein Depp? Shotgun. Uuuuh. Ich klaute mir die Waffe. Ich klaute mir die Waffe. Ja. Du leuchtest immer noch im Dunkeln. Ey. Warum schießt du gerade Nanate auf mich? Warum schießt du gerade Nanate auf mich? Ich schicke gleich Pilloway auf dich, Alter. Wir haben Bloody Night im Single. Bloody Night schießt. Bloody Night schießt. Bloody Schießt. Bloody Schießt. Ich hab's genau gehört. Aber Bloody ist das wie da draußen. Achso schießt auch? Keine Gescheite. Bloody ist es. Anna ist es. Anna ist es. Anna ist es. Alla auf Yuki. Wann leuchtest du so? Sie hat auf mich gesch- Ja. Die hat auf mich geschossen. Wann leuchtest du so Bloody? Marcel. 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 Es ist ziemlich blöd, dass ihr da drin steht übrigens. Wenn jetzt der Traitor die Feile drückt, dann ist er tot. ich werde gewaltigen will Was? Marcelli! Hey. Rhein weg! Nein, Cess, Cess, komm, wir können doch über alles reden. Wo kommst du her, Yuki? Wir können doch über alles reden. Ja, ja, ja. Ach, hier ist der Frosch hinter mir. Scheiße. Marcel, dein Skin sieht so albern aus. Wo ist der? Ich weiß. Wo ist der? Ich weiß, wo der ist. Ah! Marcel, erzähl wenn ich schon mal. Warum seid ihr da unten reingesprungen? Er kriegt nur ein 100 HP. Ja, kann man. Das ist ein Teleporter. Ladi. Yuki. Yuki. Ich wusste es, Yuki. Ich hab gar nichts gemacht. Ey, hört auf hier irgendwelche Leute einfach zu korn. Was soll ich denn gemacht haben? Ich hab das nicht gemacht, dass ich die sehe. Sag das nicht. Lumpy schießt mich immer ab. Ja, genau. Das stimmt allerdings. Bloody, 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 Bloody. Lumpy, 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 Lumpy. Ich geh weg. Okay. Sorry, ich hab nicht auf dich geschossen. Ach, naja. Ganz so schnell schiebe. Ach, ich bin direkt in Tore. Nee, ist noch mehr. Sie ist immer in den Trait herumgegangen. Da schießt einer. Da ist sie jemals irre. Ach nee, in der Mitte vom Raum ist diese Klappe aufgegangen, wo man stirbt. Ah ja, das ist noch zwei Minuten. Bloody, 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 Disco-Umbulator. Oh, die hab ich dir vom Kopf geworfen, es tut mir sehr leid. Das fand ich meine Absicht. Chat ist unheimlich, der rennt mir immer hinterher. Warte mal kurz. Lumpy? Ja, Bloody, 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 Bloody. Weiß. Oh. Super geil. Wie nice. Alter, wenn das jetzt so eine braune Wolke gewesen wäre, so eine Traitor-Furz-Granate, wäre echt witzig. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Was macht denn gerade? Moment. Ja, okay. Ich behalte dich im Auge. Hallo, Paedo. Hallo, normalo. Bloody's normal, Bloody's Traitor. Es gibt zwei Normen. Es gibt zwei Pädobärs. Habe ich keine andere? Es gilt. Ganz gilt. Nee, jetzt bist du wieder Paedo. Jetzt bist du normal. Jetzt bist du wieder Paedo. Wow. Chef hat eine Granate auf mich gewonnen. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir zwei Paedo-Bärs rumlaufen. Oh, oh, oh. Hört's. Bin ich immer noch Jesus? Ja, ne? Er hat gerade... Ich bin Jesus. Oh. Wer auch immer du bist, ich seh dich. Wollen wir uns opfern? Ne, macht nicht so viel Spaß, oder? Okay, ich glaub, der Traitor hat gerade Yuki und Seth erledigt. Ah, Slumky. Waaaaaah! Great. Something happened out there. Ja, der Traitor hat etwas aktiviert. Oh, oh. Hier ist eine Sackgasse. Ja, ich nehme. Ja, ich weiß. Aber stell dir vor, da springt jemand rein und opfert sich. Gut, könnte auch so. Ist jetzt überhaupt schon jemand gestorben? LOL, Woodpecker. Okay, alles klar. Okay. Ich grüße euch. Welcome back. Ist wo die... Ach, du warst das mit dem. Ja, ja. Wo die Woodpecker. Da, 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 da. Dann hole ich schon mal die Diegel raus. Dann, wo die mache ich nur mit der Diegel platt. Oh, ja. Mich schießt du nur random über einen Haufen. Gib's doch zu. Das eine war... Das war unabsichtlich random. Das stimmt. Ähm, Lampi. Ich glaub. Das könnte schwer völlig werden. Ich glaub, er hat die Arschkarte gezogen. Vier Trader gegen einen Innocent. Das hat wie vier. Na, Seth, Anna, Marcel und ich sind Trader. Ich schau mal in den Chat. Da steht doch zweimal diese Nachricht. Woodi? Dreh dich mal um. Woodi, dreh dich um. Ja. Ich hab dir doch gesagt, dreh dich um. Da hättest du noch Schranks gehabt. Oh, Entschuldigung. Das war gar nicht mit der Diegel. Ich schäm mich. Aber mich versteckt. Overtime. Ich hab einen Radar. Ich find den. Nein, Marcel hat einen Radar. Er findet mich. Scheiße. Dann muss ich halt ein bisschen rumlaufen. Wir müssen ihn finden. Ja toll, wenn ich jetzt hier noch... Äh. In die... Fuck. Wow. Hä? Wie ist das? Ich bin tot. Oha. Ich bin da grad voll drin. Und das leckt halt. Er lebt doch. Ja. Aber er ist hier irgendwo. Ja, der ist hier direkt. Ah. Wo ist er? Ich seh nur den Namen von Woodi. Das ist ungünstig. Oha. Ich warte auf den nächsten Scan. Ich hab ihn einmal getroffen. Ja. Und ich bin in einer Sackgasse. Ich weiß, wo er ist. Komm mit. Alter, du mit dein Kackzug, ne? Der unten, Alter. Was macht der da? Ich bin sofort wieder da. Okay. Mhm. Mhm. Ey, wo ist der, Alter? Oh, der ist da oben. Ich hab ihn nochmal getroffen. Ach komm. Noch mal. Yeah. Okay. Habe ich ihn getötet? Mit der Diebel? Aber Anna, danke für deine Verbrauchung. Nee, ich wurde von dir getötet. Warte. Ich bin doch auf den Boden. Warte, warte. Wir müssen ihn hier drauflegen. Ja, ich hab ihn getötet. Ach, noch breitbeinig? Ich hab eigentlich nur mich geschossen, weil Seth immer da war. Ihr wollt Jesus breitbeinig opfern. Geht's ruhig zu. Der Pädobär und der Pädofrosch. Mach die Bewegung nochmal, Marcel. Guck mal nach oben, Marcel. Oh, okay. Warum seid ihr alle Pädobären? Nein. Marcel. Untersteh dich. Hab ich einen Pädofreund? Oh, das war die Diegel. Ich bin jetzt wieder frosch. Und wieso hab ich hier ne Pistol? Ich will keine Pistol. Ich weiß nicht. Da vorne liegt noch ne Diegel. Hab ich den gehoben. Die Platine hat das auch ein Pädob. Warte. Wir haben hier Pistol. Das sind alle Pädos. Ich bin kein Pädob. Wieso bist du hört? Nein, kein Armer. Der weiß Armer ist Petra? Petra? Wolfgang, Amadeus, Peter. Peter! Ich bin der Shogun. Zu mir leid, ich hab's vorhin zu spät erkannt, dass Marcel im Traitorraum ist. Geh mal da rein. Wo ist denn eigentlich der Traitorraum? Ja, ich hab vorhin noch gehört. Die Traitorräume, das sind die Dinger mit den Knöpfen drin. Und wenn der Innozent reingeht, dann stirbt der. Da ist Lompi, 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 Lompi. Hä, wo bist denn du? Ach du bist vor mir. Warum hast du keine Waffe? Weil ich noch keine... Hier liegt ein Rifle irgendwo. Nein, die hab ich aufgehoben. Ah, die hast du aufgehoben. Okay, dann... Hier liegt eine Mc10. Das ist meine Mc10, die liegt da in der Ecke. Wo denn? Lompi, 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 Lompi. Was? Ja, ja, was ist das? Ich hab das nicht eingekauert. Ich hab das nicht eingekauert. Um die Ecke. Zef. Zef verfolgt mich. Zef verfolgt mich. Eins. Okay, das ist schon mal Lompi. Hallo? Geh mal weg. Wieso bin ich... Weg gehen. Scheiß, und folgt mir. Lompi ist sch... Alter, willst du schießt noch? Sorry. Waaah! Er war innocent. Was tut hier? Lompi ist nach mich. Ja. 13, 13. Oh leul. Oh leul. Oh leul. Ähm. Ich hab nur ne Disco. Und Pistol. Oh. Puh. Ich wollte eigentlich die... Wow. Ich bin... Ich bin low. Mein Traitor-Kollege. Uli ist nur noch am Labeln. Wir sind hier. Oh. Mein Traitor-Kollege ist tot. Das ist natürlich scheiße. Ich gehe nicht aus. So. Ja da. Mein Traitor-Kollege wirklich tot? Das ist blöd. Jetzt muss ich die Aufnahme wieder komplett von vorne starten. Wie scheiße ist das denn? Ich bin so frei und belebe meinen Schalter-Kollegen wieder. Das ist sehr sozial von dir. Ja. Ich wollte niemanden dazu anstiften böse zu sein. Also obwohl. Eigentlich sind wir ja die Guten. Ja. Eigentlich schon. Achso. Tolle ist. Transfer Credits. Ich kann ja Credits senden. Ah ja. Schick mir Credits. Cool. Cool. Danke. Krediter. Ja. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja geil. Pass auf. Jetzt steht Uli direkt vor mir. Nein. Das ist echt nett. Weiß du auf jeden Fall wo der ist? Ab. Ich hab leider keinen oder Jar oder so. Ich kann mir aber auch keinen kaufen. Ich hab dir meinen Credits gegeben. Ja. Ich hab mir dafür was anderes Tolles gekauft. Ja? Ja. Glaub mir das war definitiv. Das war's wert. Du wirst das gleich hören. Er ist hier bestimmt irgendwo getarnt als euer Walz oder so. Hast du ein Radar nicht oder? Wie wieder? Du hast kein Radar oder? Nein. Hab auch keinen. Ja hier ist er. Ich bin da wieder. Am Eingang. Benutz dein cooles Item. Benutz dein cooles Item. Boah das war daneben. Scheiße. Fuck. Ja. Easy. Scheiße. Ja geh weg. Nein Mann. Ich hab nix gesehen. Ich hab gebrannt. Ich hab vergessen das auf der Map ist es ja total sinnlos seine Second Chance zu benutzen. Aber nicht ich. Das war Lompi. Das war weil er. Hey. Amma. 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 Yay. Sonst wärs jetzt ein perfekter Kay gewesen. Ich hätten ja noch weiter abschießen können aber. Der hättest. Das erste was der Amma macht springt rum und wird erschossen. Yuki ich werde dich trainieren besser zu schießen wenn jemand steht ok? Ja. Der Lompi war nix. Yuki hat irgendwie auf dem Boden geschlossen. Das ist ja so. Amma probiert. Nein. Ich hab dich nur geschlagen damit ich habe. Es ist nicht so dass ich mich treffe. Ich treffe nur alles außer das was ich treffen möchte. Äh. Er war gestanden und vor dir. Er war gestanden vor mir. Derjenige der noch. Der hat sich nicht bewegt. Der schießt. Ach warum liegt hier keine Diegel? Ich hoffe einfach. Du wirst die diegel haben. Warum willst du die diegel haben? Ja. Wieso? Weil ich die Pistole scheiße finde. Bist du Traitor? Hey wieso hab ich ne huge? Ich hab doch grad ne M16 aufgenommen. Ein Traitor ist im Raum. Oh stimmt. Die Tür war unten. Ein Traitor ist im Traitor Raum. Möchtest du meine Mac-10? Ich hab ne M16. Aber danke. Okay dann nehm ich die Shotgun. Ladi leuchtet schon wieder. Ladi wolltest du die Shotgun haben? Achtung Frosch hinter dir. Ach du Frosch hinter dir. Was? Ne jetzt ruhig machen können wir. Die Tür haben wir unten. Jetzt können wir dich ja nicht mehr treffen. Marcel hast du grad gesagt. Können Frosch ein Traitor raus? Nein nein nein. Was schon? Marcel ist Traitor. Aber? Äh. Ich nehm die Tür offen zu. Warum ist das? Ne bloody hat aus Spaß die Tür zugemacht. Aber davor war die Tune. Da war jemand drin. Ja genau. Als wir hier reingekommen sind war die Tür zu. Eigentlich kann es nur fest gewesen sein. Weil er nämlich nicht bei uns war. Und ich hab jeden von uns gesehen. Ich lauf die ganzen Zeit rum. Äh. Warte hier. Hallo. Da ist der Pädobär. Da ist der Pädobär. Jetzt gibts gleich Niko 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 Mii und wir sind alle tot. Ja. Ich soll noch mal starten. Weil. Ähm. Dann ist er weg. Hallo. Hallo. Marcel. Marcel seit wann. Warst du nicht gerade eben noch Frosch? Hm? Was? Ne. Ey wer ist denn dann der Frosch? Marcel ist auch immer der Frosch. Ah. Der bleibt wieder euch. Ey ich verstehe es nicht. Warum bist du jetzt Pädobär? Anna ich nehm dich jetzt. Is the traitor Anna. Is the traitor Anna. Is the traitor Anna. Also. Dieser Doppelpedos ist echt crazy. Warte mal warte 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 warte. Hörst du das auch? Ja das ist da in der Mitte vom Raum geht die Tür auf. Da liegt eine Leiche. Wo geht die Tür auf? Pladi ist tot. Neeeeeein. Da hast du smoke, deswegen gehst du nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn da die Tür aufgeht? Pladi leuchtet. Ist das hier Pladi? Pladi leuchtet. Ja das ist ja Pladi ja. Da die leuchten! Leuchten, leuchten, leuchten. Leuchten, leuchten. Wie lange ist hier der Smoke eigentlich? Können von da kommen oder sind hier noch machines? Irgendwas ist hier fett explodiert, habe ich das gemerkt. Okay. Sind sowieso alle tot, was ich brauche? Ja, ich habe da vor allem noch jemand rumlaufen gesehen. Ich wollte es nicht sehen, aber ich habe irgendjemand gesehen. Mama! UG! Ich habe drei mitgenommen. Wie ist das denn hier überhaupt geknallt? Die habe ich nicht getraut! Ich bin ein kleiner Funkelstern, wa? Wie ist denn, Assi, ist das ja schon in der dunklen Webs? Ich habe mich extra geopfert, damit du einmal ganz für dich alleine hast. Tut mir leid! Dann machen wir noch einen, den wir benutzen können. Der Pädoyer hat sich geopfert. Was hast du denn hier gemacht, Cess, Alter? Ich habe die John Cena-Bomb gedreht. Achso, das war das. John Cena! Ich habe jetzt geguckt, weißt du? Okay, hier liegen ein Haufenleicht und dann musst du erst mal nachziehen. Danke für die Tiegel. Und dann so, oh, okay. Yuki ist ein Traitor. Weißt du? Yuki war dessen bewusst eigentlich, dass alle schon kurz sind. Und dann ist das hier bei mir. Ne, da haben wir nur eine Kugel rausholen müssen, ne? Ich hatte ja keine Shots gern. Ich hatte ja keine Shots gern. Nein, war echt trocken. Yuki ist Traitor. Yuki ist Traitor. Yuki ist Traitor, Yuki ist Traitor. Ich bin woanders. Nein. Und da ist es ein Traitor. Nein. Ging ich nicht. Doch, habe ich gesehen. Ne, kannst du dem Video zugucken. Ich bin gerade hier oben am Laufen. Ne, ne. Alles legit. Ne, stimmt. Alles legit. Hier ist die Yuki. Leuchtet etwas. Komm, Pidofrosch. Komm mit. Leuchtet Pidofrosch. Okay. Ich glaube, Bloody ist dieses Mal Traitor. Und ich glaube, Seth ist Traitor. Und ich glaube, Seth ist Traitor. Ich habe eine Schott gern. Aber ich kann nicht. Wir sind jetzt beide Pedos. Du kannst vor. Du kannst vor. Er sieht das Pedopaar. Okay. Setze die Falle aus. Also, ich gehe schon mal durch. Wenn jemand brauche. Jetzt du. Okay. Ich habe einen. Ich habe einen kassiert. Jetzt du. Perfekt. Kein Schaden, ey. Nice. Ja, ich habe Schaden bekommen, ja. Marcel und Seth. Marcel und Seth. Marcel und Seth. Marcel und Seth sind nicht bei mir. Ja, wir sind das Team. Marcel und ich. Ja, wir sind das Triple Pedoteam. Pedobear, Pedofrosch und Pedo-Jesus oder was? Ja, das ist doch besser. Wir haben jetzt einen dritten Mann hier. Ja. Ihr habt jetzt einen dritten Traitor. Ich mache jetzt hier ein wenig an. Schieß den schieß ich mit an. Ich gehöre jetzt mit zu euch. Mach hier eine Wolle mit. Das wird zu Feuer hier. Alter, darf ich auf mein Zell schließen? Alter, ihr verfolgt mich halt. Ja, wir sind das Team. Wow, wow. What the fuck? What the fucking hell. Ich habe gerade nur eine Explosion gehört und dann war es schon vorbei. Ja. Explosion. Hab ich auch gehört. Steht wieder ein leuchtendes Etwas. Was? Team Pedo, wie sieht es aus? Das war eine Disco. Eine Disco. Eine Disco. Eine Disco. Team Pedo ist anscheinend ausgeschaltet worden. Das macht mich sehr verletzt. Ich bin jetzt an den Punkt angekommen, das heißt, wenn ihr mir zu nahe kommt, dann werde ich schießen. Ich will nicht mal anwenden. Weil ich bin ja schon so gut wie tot. Du wirst mich aber glaube ich nicht finden. Du musst dich ja nicht finden. Ich muss dich finden, das ist klar. Du bist schon richtig. Du kannst ja auch dein Radar dafür benutzen, was willst du es werden? Das benutze ich nicht. Aber ich habe Seth gerade noch vorbeilaufen sehen, aber warum er redet, das weiß ich nicht. Also warum er nicht redet. Er hat doch vorhin geredet. Jetzt aber nicht. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich habe ihn gerade noch vorbeilaufen gesehen. Wie redet man in dem? Das funktioniert mit U. Okay, danke. Nimm auch die P-Dub, ja. Ja, okay, mach ich. Ja, okay, mach ich. Hast du? Ach ja, Amar, wo bist denn du? Und in der Wege. Und in der Wege. Freut mich. Oder auch über den Wolken. Über den Wolken. Der war irgendwo am Anfang, als ich vorhin tot war. Ja. Ahem. Bedeutliche drivers. Oh nein, oder wie auch wer.. Oh nein. Ah. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Das kann ja ewig dauern. Das ist ne gute Frage. Siehst du die Zeit nicht? Du musst die Zeit sehen. Doch, doch. 1-16, 15. Okay, klar. Ah, ich glaub ich weiß wo du bist. Das war nämlich der einzige Ort wo ich noch nicht war. Okay. Was ohne Radar? Ratte. Ratta. Ratta-tat-tat-tat. Ratta-tat-tat-tat. Ding ist, du musst die sehen. Ich kann die grad nicht hören. Hm, wie du grad, wie ich nicht hören. Ich hab's halt noch nicht eingeschneckt. Ach, juhu. Okay. 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 Wo lebt er jetzt noch? Man wollt ja hier alle denn nicht sterben. Mal Laurie. Writte. Papaey. Papa. Papa. Okay. Das ist gerade ein bisschen offen. Oh. Wie lange das gedauert hat, ey. Und dann macht er auch noch zwei Pädobären weg. Dann tritt das irgendwo am anderen Ende der Map. Ich bin wirklich überrascht, Alter.